Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Das ist ein bisschen näher, schon du hast jetzt den Sound, Fabi. Du sollst vielleicht mal... Dreh den mal runter. So, alles klar, bitte. Und zwar, ja, wir sind Fabis wieder mit dabei und das soll ich anfangen. Ja, wir sind gerade aus der Arena raus und wir sollten uns auch und ähm... So, ich hoffe jetzt mal, dass meine Stimme okay ist und dass ich nicht allzu sehr in das Mikro reinpuste, weil letztes Mal war ich ja mega leise. Da musste der Ben halt immer hochpitchen, das war nicht so gut. Ja, ich hab's dir mehrere Male gesagt. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Nimm das Mikro einfach direkt vor den Mund, das ist nicht das Problem. Ja, ich hab mir halt immer ein bisschen Angst, dass ich da halt mega reinhuste, puste und sowas. Machst du schon nicht und das kann ich zur Not auch rausschneiden und so. Von daher, gut. Also, wir haben die, äh, Dings verschafft, die Arena, was sehr cool war und ich muss mich einmal kurz entschuldigen für die, ähm... Nicht-Fable-Parts, die halt einfach nicht da waren, weil ich so ewig lang mich gezielt hab, ähm, die zu schneiden. Ähm, ich kann ja mal was einblenden, wenn ich's nicht vergesse. Ach, ich hasse euch, komm... Wie mach ich nochmal den? Nein, das ist Rolle. Ich glaub, am besten du machst die auch mit anzunachten. Nein, ich mach den mit dem Bogen. Ja, muss warten, sie sich in stellen. Komm schon. Fuck you. Oh, fuck dich. Wie lange haben jetzt kein Feld mehr aufgenommen werden? Halbster, 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 halbster. Unglaublich. Warum ist das so viel? Was soll das? Macht nur einfach, hat sich nur noch gar keine Ahnung. Einzünder trifft die nicht. Doch, nein. Die schwingt seiner Luft, aber wenn die Nagel noch dran sind. Ja, Nagel nun drankommen müssen, die erstmal. Warum sind hier so viele Untote, die Soldatier heilen? Und anzunnen... Nein, das ist ein Blitz, das war das Falsch. Warum ist mein... Ey. Ben muss erst mal wieder ins Spiel reinkommen. Wer hat das hier verstellt? Ja, fuck you. Ich muss halb mich an einem PC. Genau. So, mit euch. Du kannst... Oh, ich bin nicht offen. Ich will so... Fähn-Kurse-Söhne einfach töten! Dorn, kack jetzt! So, Juno weg. Wer schießt mit Dorn? Habt ihr eigentlich nichts Besseres? Wir leben im 21. Jahrhundert. Ich muss den Bogen vielleicht auch mal schwangen. Mach ich doch. Treffer. Nummer eins. Stirb! Auch tot. Du tot. Noch nicht. Jetzt. Der Bogen ist halt irgendwie einfacher. Ah, so. Obwohl irgendwie nicht... Ist nur weniger gefährlich. Was fixiert der bitte? Ich weiß nicht, was der fixiert. Ah, ja, jetzt hier. Warum haben die eigentlich eine Rüstung an, die... Wenn ich dagegen schieße, die... Schüsse wieder abprallen. Ah, den hat er einfach an fixiert. Das ist keine Rüstung. Der Schuss war einfach zu low. Ah, ja, Blitz haben wir dann nicht mehr genutzt. Aber die macht ja keinen Schaden. Jetzt ist einfach so... Oh, es hat 13 Schaden. Also... Ich hab das nie gebraucht, einfach. Ich hab mir direkt in die Anzimmer genommen oder... Stirb! Okay, das sah cool aus. Mann, ich muss mein Mikro mal richtig hinkriegen. Ewig nicht mehr nochmal aufgenommen. So. Und zwar, ich war vorhin schuldig geblieben bei der Entschuldigung genommen. Wir haben nämlich ewig kein Faible mehr aufgenommen. Und ich hab mir einfach so daran davor gezielt, das zu schneiden. Weil das war einfach eine Arbeit. Wie renne ich... Ach ja, okay. Wo muss ich überhaupt hin? Ach egal, ich geh jetzt mal zur Gilde. Ich hab keine Ahnung, was... Wir müssen zur... Ach ja, genau. Bauer Stone, ne? Hm? Bauer Stone. Aber ich geh jetzt mal nach Nordbauerstone. Ähm... Willst du eigentlich nicht den in Game Sound haben? Weil ich hör jetzt alles... Ja, aber ich hab das bessere Mikro, deswegen... Achso, ja, okay. Wir können auch auf Lautsprecher packen, aber das machen wir dann vielleicht gleich. Nee, das ist zu kacke mit dem... Haben wir beim letzten Mal gemacht. Und, äh, ja. Aber ich will Faible weitermachen. Ich würde eigentlich auch gerne ein Reasons spielen, aber das hat Fabian nur für die Xbox. Ja, wenn wir den... Verdammt, wie heißt das Ding nochmal, was wir uns kaufen wollten? Äh, ja. Media Grabber oder so, ne? Ja, falls uns die noch irgendwann mal zulegen, dann werden wir eigentlich... Dann, also wir hatten ja sowieso vor, auch Faible 2 und 3 zu machen, aber da Faible 2, glaube ich, nur für die Xbox erschienen ist. Und 3 dann für den PC, haben wir uns gedacht, ja, okay, wollen wir uns für Faible 2 dann den Audio Grabber. Und dann können wir uns halt den, 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 den Ding ins Grabber halt, ne? Den Grabber zu holen. Dann können wir auch... Ich kann anzünden, aufleveln. Ja, tu's. Level 4 und ich hab gar nichts mehr, wirklich sehr gut. Egal, ähm. Den musst du hier auch volle Pulle machen. Soll ich mir noch ein bisschen Zauberkraft nehmen dazu? Noch ein bisschen Zauberkraft dazu? Hm, nachher schluckt der ordentlich, ja. Wenn du was überraschst, dann würd ich mir auch noch holen. Ja, koste dir nix mehr mehr. Unendlich viel von dem, von Arena. So, hier Körperbau. Äh, wahl, du hast ja diesen gicken Hammer, ne? Oh, hier Körperbau, dann kannst du besser führen. Dann wird das nicht so schleppend. Ich hab' mal kleine Waffen genommen. Oder ein bisschen Zähigkeit, meine Schale. Widerstandsfähiger gegen Schaden. Voll, wenn du willst, nix kostet. Ungesundheit. So. Ich war einkaufen. Ah, nicht ein Held. Ja. Nein, ich möchte nicht nochmal. Hallo, lass mich raus hier. Ja. Vergewaltigung. Jetzt hier mal gucken, was gibt es denn hier? Händler Massaker. Durchbruch. Ich muss mir alle Lebenquests erstmal holen. Aber hol dir das, das Gute. Händler Massaker ist, glaub ich, das Böse. Der Böse ist... Ja, das hab ich mir auch nicht geholt. Was ist das Durchbruch? Durchbrecht eine Belagerung in NotHardGlade. Ist auch böse, ne? Warte mal. Warte mal. Verwirrter Händler? Äh, verwirrter Händler sucht den verschollenen Bruder eines Händlers und bringt ihn in Sicherheit. Ja, drum auf jeden Fall. Ja. Du kannst übernehmen. So. Äh, ich weiß jetzt immer noch nicht. Ich glaub, wir müssten in irgendeiner Taverne sollten wir die treffen, oder? Die Theresa? Nein, nein, du musst nach Bowersdown, meine ich, oder? Ja, okay. Hier. Bowersdown. Da. Ich hab keine Ahnung, wo. Ich hab gedacht, wir müssten nach Nord-Bowersdown am Haus von Lady Grey. Ja, ich war aber noch nie in Nord-Bowersdown, Fabi. Ha, Loob. Ja, Nord-Bowersdown ist gerade eben erst available geworden für mich hier. Ach, da sind wir doch kein, da hochmüsse. Wir müssen uns eigentlich auch nochmal um Andi kümmern, oder? Nein, wir lassen Andi jetzt einfach sterben. Ne, Aldi, Aldi ist der genau. Ja, Aldi. Oh, ich komm hier nicht rein, hallo. Welches Aldi muss noch mal kommen? Guck dir schon an. So, fuck. Hurra. Yeah. Ja, ihr seid... Wir müssten den keinen Taverne, meine ich. Die, 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 so. Lass mich rein, ja. Doch. Nein, verdammt. Oh, bist du mir gefallen? Hier, ja, gemacht. Äh. Hallo? Kacke, ich hab nur noch das hier. Oh, ne. Dö, 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 dö. Oh, ne, ich weiß ja, das. Wo muss... Ja, hier lang. Nein. Wo denn? Baba's Sonki. Ich hab nur gesagt, die Riesentreppe hieß nicht. Oh ja, stimmt. Vielleicht. Ich will eigentlich in die Schule. Schule. Nein, Schule ist so doof. Nein, ich wollte schon immer meine Schule. Nein, ich stehe nicht auf Schule. Ich freue jetzt nur noch rein, weil ich mir roll jetzt auf F gedrückt habe, weil meine Maustaste, meine mittlere Maustaste nicht geht. Ich bin aber auch nah. Ah, F wie vollen halten. Vollen? Vollen, ist doch vollen, wollen, nein. Nein. Ich find das wie nur tretenklasse. Na, Hassliebezina, ne? Ja. Hey, Kids. Ach, Sonntag. Oh. Mensch, da will man einmal mit den Kindern spielen, da sind sie nicht da. Weil sie ja nur Kinder einfach klauen und wegrennen. Ja, genau. Ja, es wird irgendwie Nacht, oder? Aber ich kann es nicht sehen wegen der FPS-Zahl. Ja, es sieht nach Nacht aus. Hallo Aldi. Hallo Aldi. Hat Aldi etwa ein paar neue Angebote? Weh. Vielleicht Pilze. Der verdächtigt ganz verwirte Scheiße einfach, ne? Ja. Ich kann es nicht hören. Wir sind nur Pixel. Hä? Macht keinen Sinn. Ich darf hier rein. Also. Ja, er soll bekommt nur Türsteher. Ja, natürlich. Tür ist mal zu und dann wieder auf. Hm, genau. Hey, mit den Klammern kommst du nicht rein. Hey, die Schuhe, die gehen ja gar nicht auf. Das ist ein ruhiger Distrikt. Und es soll auch so bleiben. Das ist der Schicksal. Und es soll auch so bleiben. Und es soll auch so bleiben. Das ist der Schicksal. Und es soll auch so bleiben. Ah, die Quest ist auch geil. Nun denn, Lady Grey wünscht euch zu sprechen. Gnaden im Garten von ihrem Anwesen. Warum ist der eigentlich so verfaltet und hat keine Augen? Der ist verdammt verfaltet. Und hat keine Augen. Der Typ ist falsch hier? Und somit keine Seele. Hab dich nicht gesehen. Ich sitze weit hinten. Wer bist du? Hm, nö, irgendwie nicht keinen guten Klatsch. Aber gut. Willst du mal ein bisschen Klatsch hier? Bam, bam, klatsch, klatsch. Dieser Witz. Oh, ich glaub, das... Oh, hier kriegst du ein richtig gutes Langschwert. Kannst du hier irgendwo kaufen. Oh, hallo? Ja, das ist ja nicht hier, aber... Hi. Oh, oh, Held, ja, darf ich euch ausrauben? Ich glaub, das macht mich böse, oder? Hm, ja, Raum ist... Ja, nicht so. Warte, hab ich noch... Ich hab Meili gescheuert. Jo, das ist krass. Oh, 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 oh. Dann bin ich nicht mehr heiß, dann bin ich schwul. Das war ganz schön homophob, Ben. Hä? Schwulenfeindlich. Hä? Hier ist er, der Typ. Nicht der? Hi. Hallo. Hm. Nee. Das große Haus. Das drüben. Ach, das große Haus. Da wohnt ne Könige. Hallo. Endlich jemand zum Reden. Ja, die Stimme von Marshall. Die Bürgermeisterin. Ich hörste nicht. Haha. Mhm. Ich glaub, die Quest haben auch schon mal bei mir zu Hause gemacht. Äh, wollen wir irgendwie... Jeden Fall helfen. Okay. Yes. Kann ich jetzt einfach zu da reingehen und die Tod klatschen? Ne, so viel Freiheit nachsetzt auch nicht. Hm. Seht mich an, es gibt wirklich Geister. Und ich guck einfach nur so. Hm. Hm. Ah, ja. Dramatischer Sohn. Falls jemand weiß, wie sie sich wieder erinnern kann, dann er. Okay. Jetzt gehst du. Nicht durch die Tore. Du gehst jetzt einfach zu Lady Raider. Oh, muss ich hin. Hä, da muss Goldenglitzer. Oh, muss ich hin. Oh, muss ich hin. Minimaps oder Münzen benutze ich nicht. Weil das ist ein F3. Oh, das. Hm, hm. Da, ne? Ja, lass hier. Das andere links. Nee, ist doch der Goldene. Okay, dann geh aber trotzdem mal woanders hin. Das ist nicht die Klasse-Baus-Zone. Der hat doch gesagt, die Lady Raider. Nein, ach, verdammt. Da ist aber meine Quest. Da muss ich da unten. Ja, die Tore, dann gehst du raus. Du musst aber zu Nord-Baus-Zone nicht, dann geh da nicht raus. Geh wieder nach Nord-Baus-Zone. Nein. Der war schon gesagt, du sollst das Lady-Greis-Haus, ne? Wie soll die Lady Raider töten? Aber jetzt geh nach rechts. Das ist rechts, oder? Nein, nicht so weit rechts, links. Nein! Da! Das ist ein Klatsch. Meine Güte. Dass man mir einen guten Fisch gehört. Da ist so, oder? Die leuchtet grün, die muss gesund sein. Die, die. Hallo? Ja. Ja. Wo winkt die überhaupt hin? Dumm oder so? Hallo? Oh Gott, das ist die hässlich. Boah, das ist die hässlich. Boah, das ist die hässlich. Ich hab mich neugierig gemacht. Ich würde mich so gern mit euch unterhalten. Gehen wir im Hof spazieren. Ich würde mich so gern mit euch unterhalten. Manchmal allerdings scheint es mir der einsamste Ort auf der Welt zu sein. Ich bin noch unverheiratet. Ich traf bisher keinen Mann, der meiner würdig gewesen wäre. Ich habe immer gewusst, dass jemand, der die Arena erobern würde, auch mich erobern könnte. Bringt mir ein Geschenk aus der Stadt mit, ja? Soll ich dir sagen, was die will? Die wollte einen Bart und dass sie keinen Mann findet? Kann ich verstehen. Die ist scheißen hässlich. Ja, die will einen Bart. Die ist scheißen hässlich. Und dann kommt sie ein paar da. Äh, ja. Also das ist ja kein Mann findet. Einmal ist es pot- hässlich. Und zweitens, wenn sie tatsächlich eine Dämonin ist, dann ist die liebe Stunde auf. Aber die ist halt... Gackenböse Junge. Hallo. So. Wenn wir uns jetzt mal warten, bis Tag ist, dann könntest du uns mal in den Läden rumgucken. Ja, stimmt. Aber... Aber nach Nordbaustern, du musst dich in den Nachsdorf. Ja, ich will aber... gehöre hier hin, das ist meine Heimat. Ja, du bist halt ein Geto-Kid. Nein, ich schlafe immer vor Aldi. So. Jaja, ich sag ja, Geto-Kid. Ja, ich sag ja, Geto-Kid.